hallo und herzlich willkommen zum fünften teil unserer webdesign reihe heute geht es um das seiten layout ganz wichtiges thema und zwar speziell um die flexbox damit kann ich nämlich meine elemente meine sections meine texte meine items oder auch bilder auf der webseite anordnen früher hat man das in html mit left right und center gemacht so was gibt es hier auch aber er macht das ziemlich automatisch und ich weiß ja auch nie wie groß der bildschirm in wirklichkeit ist schauen wir uns das jetzt einfach mal hier im firefox an da habe ich die seite mdn wet dogs und mozilla und das grundlegende konzept der flexbox ich werde euch diesen link unten in die video beschreibung setzen dann könnt ihr euch das mal hier in ruhe durchlesen so und hier habe ich jetzt irgendwelche bereiche die ich dann auf verschiedenste art und weise anordnen statt left und right and center haben wir hier start und end und center das seht ihr aber auch gleich alles in praxis teil das schöne ist dass das hier auf deutsch ist das wurde mich schon von der community übersetzt ist da irgendwelche übersetzungsfehler gibt dann gibt es das auch noch hier auf englisch schließen wir das mal oder machen wir es mal klein und jetzt starte ich visual studio code da habe ich nämlich schon einiges vorbereitet und zwar hier diese flexbox html datei sieht wild aus machen wir vielleicht noch mal ein bisschen größer aber das kennt ihr das habe ich schon im ersten tutorial mit blue fish erklärt was hier diese meter informationen sind hier habe ich es noch mal richtig schön sauber reingeschrieben und ich habe auch vor irgendwann mal ich weiß noch nicht wann wie ich dazu komme die html texte die ich hier vorstelle auf unserer webseite zu veröffentlichen ich habe aber noch nicht genug content ich muss mir das noch mal überlegen wie wir das machen mit anmeldung oder sonstigem und dann könnt ihr euch das da herunterladen aber erstmal sollte das ja auch verstehen und selber machen denn wenn ihr das nicht selber ausprobiert dann werdet ihr das nie lernen learning by doing ganz besonders in der programmierung oder auch im webdesign also was haben wir hier für meter informationen wir haben das character set utf 8 der zeichensatz dann haben wir diesen viewport für die responsive anzeige also sehr unterschied ob ich eine smartwatch habe mir die seite angucke oder vielleicht im wohnzimmer auf meinen riesengroßen fernseher und das muss eine webseite alles bewerkstelligen können eine seiten beschreibung description habe ich hier flexbox tutorial einfach mal reingeschrieben und hier haben wir suchmaschinen indizierung hier noch ein paar browser anweisungen über den einzelnen content typ und ganz hier unten habe ich noch die browser anweisung wie oft die seite aktualisiert werden soll denn das kann man hier automatisch machen über einen sekundenwert da steht jetzt auf null das heißt ich muss diese seite manuell aktualisieren um wirklich immer aktuelle informationen zu bekommen der seiten titel ist flexbox dieser titel wird hier auch nicht angezeigt sondern das ist nur eine reine browser information und hier wird es wieder interessant da habe ich google schriftarten die habe ich von fonts.google.com denn ihr könnt ihr auch nicht sicher sein dass ausgerechnet eure fonts die ihr verwendet habt dem anwender zur verfügung stehen deswegen ist es sicherer wenn man sowas einbindet die haben riesiges sammelsurium an verschiedenen schriftarten könnt ihr euch was raussuchen sehr komfortabel einfach copy paste und dann hier reinsetzen ja und als nächstes das ist jetzt auch neu wir haben ja hier immer diesen style befehl gehabt und da ich jetzt ein bisschen mehr code habe habe ich das ausgelagert in einer externen css datei und die ist hier verlinkt worden mit einem hyperref befehl also eine hypertext referenz die datei heißt flex style punkt css vorsicht die leute die linux benutzen die müssen wirklich dieses s auch groß schreiben wenn ihr den dateinamen die mit einem großen s verseht und physikalisch dann mit einem kleinen dann wird die datei nicht gefunden das gilt jetzt allerdings nur für den linux bereich windows ist da wesentlich kulanter denen ist das eigentlich egal das ist jetzt auf jeden fall die zeile mit der wir diese datei hier oben da gehen wir gleich darauf ein einbinden können sondern ist der kopf hier auch schon zu ende und es beginnt wie üblich der body und den body habe ich jetzt noch mal unterteilt in einen kopf bereich ein header da steht jetzt einfach nur eine überschrift flex box drin und danach kommt ein break also ein zeilenumbruch courage return von mir aus und dann ist der kopf auch schon zu ende und jetzt kommen wir hier noch mal mit einer neuen section an das sind diese vordefinierten html5 sections mit header und main und footer was es da so gibt die art jetzt drei bereiche und die habe ich dann jeweils bereich 1 unterstrich 1 unterstrich 2 und unterstrich 3 genannt sehen wir hier im roten bereich das ist einfach nur ein verweis auf die klasse auf die css klasse die ich hier oben in dieser datei definiert habe darunter unter dieser überschrift unter der zweiten überschrift habe ich dann eine horizontale linie als grafisches element und dann kommt hier im paragraf mit so ein bisschen lorem ipson schrift dass ich ein bisschen texte drin habe und das war es dann schon hier ist der main zu ende und da ist der body zu ende und hier ist unser ganzes html dokument zu ende so gucken wir uns das doch mal an wie das aussieht wird die rechte maustaste und jetzt öffne ich das mit dem live server so sieht diese seite aus da muss man natürlich noch einiges tun diese ganze farbliche formatierung und auch diese ganze schriftformatierung setzen wir das mal hier rechts rüber der steuerungstaste kann ich das hier dran heften sondern gucken wir uns mal die css datei an die ja verlinkt wurde als erstes habe ich die überschrift h1 da haben wir die farbe in seinem rosé ton dann haben wir eine background farbe in diesem grünton oder was das ist anthrazit irgendwie so grünlich dann mit einem box shadow das heißt das ist hier dieser schatten der so ein bisschen glüht so neonfarben und er hat auch so ein rosé ton und diese 10 pixel und 10 pixel und 15 pixel bedeuten einmal x abstand 10 pixel y abstand 10 pixel von dieser eigentlichen box und ein weichzeichnungs radius von 15 pixel dann wird der schatten nicht so hart sondern geht hier so leuchtend in den hintergrund ja padding abstand von zehn pixeln oben und unten und links und rechts und damit haben wir diese kleine box hier so formatiert das ist der code diese vier zeilen für diese darstellung dann geht es weiter mit der überschrift h2 das ist dieser artikel 1 artikel 2 artikel 3 da habe ich einfach eine font family genommen die mir von visual studio code vorgeschlagen wurde die muss dann natürlich auch auf dem rechner sein aber der hat da einiges zur verfügung kann man sich auch hier wieder mit der mdn referenz anschauen könnt ihr hier alles nachlesen hier habe ich dann diesen text shadow mit zwei pixel abstand vom text in x und in y richtung und dann dieser weichzeichnungsradius das ist hier ein ziemlich harter schatten weiter geht's mit dem kopfbereich h1 habe ich ja schon definiert für die ganzen farben dann habe ich hier noch zugeschrieben display block das ist die voreinstellung eigentlich könnte ich das hier löschen einfach entfernen strg s und ihr seht es tut sich hier gar nichts gut hier kommt eine kleine fehlermeldung oder so eine korrektur aufpassen hier steht nichts drin in der klammer aber dieses display block ist voreingestellt was wir da jetzt mal machen könnten wir schreiben wieder display und jetzt nicht block sondern flex und damit haben wir unseren ersten lexbox befehl strg s und jetzt schaut mal was hier oben mit der flexbox passiert ist die geht jetzt nicht mehr über die gesamte seite sondern das ist wirklich jeder kleine teil es ist flexibler geworden jetzt kommt mein buddy den habe ich einfach hier mit so einem hintergrundbild versehen etwas dunkler gehalten jetzt haben wir den main bereich das ist praktisch dieser rosa graue bereich eigentlich ist das das gleiche rosa wie hier nur wir haben hier hinten so eine 0,4 stehen und diese 0,4 ist für den transparenten bereich hier sieht man es auch hier ist die volle deckung und hier wird es immer transparenter wenn ich das jetzt hier hoch ziehe und speicher mit strg s ist das völlig verschwunden weil ich hier absolute transparenz habe 0,4 war so meine wahl fürs design hier solltet ihr ja nur sehen dass ihr die farben auch noch mit einem transparenten wertfahrer sehen könnt und es muss auch nicht immer rgb oder rgb a sein a steht für alpha sondern es kann auch der hsl bereich sein so danach kommt hier dieses padding ist einfach wieder der abstand dann die font family das ist jetzt die font family also die schriftfamilie die über google fonts eingebettet wurde ja und hier habe ich noch mal eine höhe definiert von 750 pixeln denn sonst würde ich hier dieser graue bereich diese grau rosa bereich nur bis hierhin gehen und den möchte ich etwas größer haben damit das hinterher mit der ausrichtung sehen könnt da habe ich noch mal ein border einfach drum gezogen mit solid rgb zwei pixel ich glaube den border kann man hier kaum erkennen weil hintergrund auch so dunkel ist so jetzt habe ich hier kommentare hingesetzt und das möchte ich gleich schritt für schritt löschen also die kommentare werde ich hier löschen im css macht ihr die kommentare mit schrägstrich stern und es ist jetzt hier auch nicht ganz so schlimm dass ich hier hinten keine sternchen gemacht habe so kann ich die hier gleich löschen und dann wird aus diesem kommentar der entsprechende befehl gucken wir uns mal kurz die bereiche an das sind ja diese klassen die ich vorhin definiert habe mit punkt bereich unterstrich 1 hintergrundfarben noch gewählt und dann steht hier meine erste flex anweisung flex 1 die hat aber derzeit noch gar keine bedeutung denn ich habe ja hier noch ein kommentar davor wenn ich jetzt dieses flex mal überschreibe mit blog dann habe ich nämlich den standard wert und dann löschen wir mal hier vorne den kommentar so wird aus diesem kommentar ein befehl mit steuerung und s wird das ganze gespeichert und ihr habt gesehen es hat sich nichts verändert ich könnte das eigentlich auch löschen steuerung und s es hat sich wieder nichts verändert so mit steuerung v holen wir das wieder und aus dem blog mache ich wieder ein flex für flexibel steuerung und s und jetzt sieht man dass aus den zeilen plötzlich spalten geworden sind jetzt hat er das flexibel angeordnet und wenn wir jetzt uns die bereiche anschauen dann haben wir hier flex 1 flex 1 flex 1 jeder bereich hat jetzt hier so ein flex 1 stehen so das ist vielleicht noch ein bisschen irritierend sollen jetzt mache ich mal aus dem letzten flex 1 ein flex 5 steuerung und s jetzt hat artikel 1 die bereite 1 oder die gewichtung 1 artikel 2 auch die gewichtung 1 und artikel 3 die gewichtung 5 so kann man die items in der größe verändern variieren könnte aus der 5 jetzt auch mal einfach eine 4 machen dann ist das viermal so groß und aus bereich 2 machen wir auch 2 steuerung s gespeichert so jetzt habe ich hier die größe 1 da die größe 2 da die größe 4 artikel 2 ist doppelt so groß wie artikel 1 artikel 3 ist doppelt so groß wie artikel 2 oder viermal so groß wie artikel 1 sowas kann ich auch prozentual angeben vielleicht machen wir es mal umgekehrt wir setzen jetzt hier mal 50 prozent dann für den zweiten wert 20 prozent und damit wir auch wirklich auf 100 kommen in unserem beispiel nehmen wir hier 30 prozent steuerung und s ja und unabhängig wie groß diese anzeigefläche ist jetzt wird es mal so aufgeteilt dass wir im ersten bereich 50 prozent haben im zweiten 20 und der dritte hat dann nur noch 30 um euch jetzt dieses justify content zu zeigen muss ich hier vielleicht noch mal ein bisschen was ändern und aus diesem flex machen wir jetzt mal eine feste breite mit 13 prozent das markiere ich steuerung c und dann werden wir das jetzt mal hier einfügen mit steuerung v also dieses flex einfach überschreiben jetzt ist es keine flexible breite mehr sondern die breite habe ich wirklich festgelegt steuerung und s da sieht man dass das hier alles zusammengerutscht ist jetzt kann ich diese elemente auch ein bisschen besser anordnen vielleicht sollte ich hier noch mal ein bisschen text löschen das machen wir hier mit dem nur im y das scheint mir doch ein bisschen viel text jetzt justify content so was haben wir denn da bevor ich das lösche schreibe ich hier vielleicht noch mal flex start hin das würde dann nämlich bedeuten dass es von links ausgerichtet wird auch hier mache ich das jetzt einfach mal wieder weg so jetzt haben wir flex start wieder es hat sich nichts geändert ach ich lösche mal die ganze zeile und dann zeige ich euch wie einfach das doch ist das hier hinzuschreiben ich weiß nicht ob ich da noch eine bestimmte extension installiert habt wenn dann sind das diese html schnipsel auf jeden fall drücke ich einen j und der zeigt mir dann schon so einiges an und vielleicht könnt ihr euch justify auch noch merken und justify content für ausrichtung des inhaltes können wir jetzt hier mal auf end setzen allerdings nicht einfach end sondern flex end haben wir steuerung s und jetzt rutschen alle meine artikel auf die rechte seite ja und dann gibt es auch noch dieses center ich kann allerdings auch noch mit leerräumen arbeiten content space round da haben wir schon was steuerung s mal seht ihr dass hier zwischen leerraum angeordnet wurde und auch hier vor und dahinter wir können das auch noch mal nach space between ändern so also raum dazwischen steuerung s fängt daher sofort hier vorne an und der zweite artikel hat dann hier sehr viel platz zum ersten und der dritte ist jetzt auch ganz hinten ausgerichtet evenly steuerung und s ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen das finde ich eigentlich am schönsten da haben wir nämlich genau den gleichen platz vor dem artikel wie zwischen den beiden artikeln jetzt könnten wir das mit diesen alignment item auch noch mal etwas ausrichten da steht jetzt hier auf center lassen wir das auch mal auf center steuerung s können aus dem space evenly ja auch noch mal ein center machen vielleicht seht ihr den unterschied da haben wir schon steuerung s hier habe ich jetzt kein raum dazwischen jetzt wird das einmal in der zeile also in x richtung zentriert und einmal in y richtung zentriert wir könnten hier auch noch mal ein end reinsetzen dann wird alles rechts ausgerichtet ja und so können wir das dann positionieren und auch hier hätten wir dann die möglichkeiten links rechts oben oder unten auch hier hätten wir ein flex end steuerung s rechts unten in der ecke und wenn wir ihn hier oben haben wollen dann müsste ich hier flex start machen oder wie gesagt weglassen weil das ja eigentlich mein standardwert ist und hier müsste ich auch ein flex start machen dann haben wir noch diese direction vielleicht setze ich das noch mal kurz beides auf center jetzt ist es alles in der mitte und wir sehen artikel 1 artikel 2 artikel 3 flex direction also eine andere flex richtung der steht jetzt auf row das heißt auf reihen aber aus diesem row machen wir jetzt mal ein column also eine spalte da ist es schon STRG und s jetzt sitzen die einfach hintereinander ganz brutal aber ich könnte jetzt auch noch mal ein row reverse nehmen STRG und s jetzt haben wir artikel 3 vorne stehen das heißt ich habe die jetzt hier einfach umgeordnet und wenn ich jetzt hier mal dieses alignment raushaben möchte dann setze ich das vielleicht hier einfach auch noch mal in kommentare dann kann ich gucken was passiert STRG und s dann werden die bis hier unten durchgeführt ja das sind die möglichkeiten die ihr mit dieser flexbox ausrichtung habt und dann werde ich auch noch mal aufs grid eingehen das ist dann so ein gitter die flexbox bezieht sich ja immer nur auf einen bestimmten bereich und wenn wir die gesamte seite layouten wollen arbeitet man mit einem grid und das machen wir dann mal später das soll es für heute gewesen sein ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal dann verpasst ihr auch das nächste Video zu dem Thema nicht bis dann tschüss 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 Untertitelung. BR 2018